Willkommen meine Damen und Herren, zu einem neuen Part von... Von Hackbrasse? Wo? Uglatz Hupa Vidak. Ich habe keine Ahnung, wie es ausbekommen wird. Kommen Sie über den Bergpass auf dem Tal, bevor die Leben verbraucht sind oder die Zeit abläuft. Okay. Ja klar, Alter, was geht ab, Mann? Alter, du kommst auch erst jetzt her. Ja. Ey, keine Ahnung, was hier abgeht. Auf jeden Fall geht es hier zu sehr ab. So, den Schützen erledigt. An den hier. WTF? Hier ist eine Baumaschine von David. Oh. Aber der macht nicht wirklich sächlich von hinten. Die kommt von hinten. Ich bin leider schon tot. Jetzt ziemlich schnell erwischt. Schützen benutzen. Nee, nee, nee. Schützen benutzen. Boah, die halten aber echt viel Schüsse aus, ne? Ja. Hä? Ach, der liegt immer noch, der eine. Weg damit. Alter. Wir picken die mich. Nochmal Medipack. Ach, hier liegt doch noch eins rum. Gut. Was ist denn noch zu? Hast du ihn gerade umgepackt? Ja. Ich glaube schon. Ja, nice, Alter. Mit meinem Geschütz. So, bam, bam. Weg damit. So, wieder Medipack aufgenommen. Oh, was ist das denn? Kann ich da reinstecken? Kann ich da reinstecken? Das kann ich glaube ich manchmal drei. Oh. Alter, was ist das denn? Ab hinter Schütz. Na, komm her. Ja, was müssen wir machen mit dem Geschütz? Ja, du kannst halt die Gegner töten. Ja, aber mein Geschütz, ich kann nur noch oben ziehen. Ich kann nicht mal irgendwie was machen. Kannst's neu an. Ach, nein, ich meine, das Riesengeschütz da oben. Da hinter dir ist aber, bist du blind? Da. Man, du setzt dich einfach drauf. Ja, und dann? Ja, du kannst es benutzen. Ja, du kannst aber nur noch oben schießen. Und jetzt? Ja, da steht da. Wenn da ein Hubschrauber oder so kommt. Ja, du kannst es benutzen. Ja, aber bis der Hubschrauber kommt, das dauert ja 100 Jahre. Wenden. Also. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Okay, also das war glaub ich... Nee, warte mal. Ich weiß wohin. Alter, ich glaub dir nur durch die Gegend. Hä? Ich glaub ich steck hier irgendwo fest. Ich bugge hier. Ja. Du bugst hier. Du stehst bei mir noch an der Kanone. Ich bugge fest. Soll ich hier schießen? Ich laufe schon. Ich hab dich erlöst. Haha. Es tut mir so leid. Bei mir rennt's auch irgendwie so komisch rum. Okay. Also ich weiß jetzt, wo wir lang müssen. Kontrollpunkt erreicht. Ach du Noob. Bist da unten. Alles klar. Jo. Wahrscheinlich. Jo. 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 So. Jo. Jo. Wo wird n' ganzeoney geschossen sein? Kom equals. Jo. und hier welche immer hoch hier eigentlich alter was tot ja die gegner da david baumaschine sofort erledigen da gibt es leute die es von hinten mögen leider nicht mögen das ist unsere gegner ja all dies nicht von hinten so sniper freund hallo munition wobei das eng ja klar ja natürlich das war einfach gegner ich finde es mal sexy arsch und spiel ist voll egal mein arsch ist richtig deftig richtig deftig wir haben so richtig mutis trainiert zu hören echt in der mutigude hallo hattest du freunde von uns ich wollte gerade umbringen ja ich wollte dir gerade ganz sein herzschritt geben siehst du warst du stein deutlich besser du hast alle umgebracht ja gesagt habe ich jetzt auch besser oh geil sechs minuten kommen da klatschen wir noch die nächste mission rein schluchten 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 okay also richtig deftig mag ich schon meine schlucht ja aber in der tat ich sag mal so wer keine angeständige schlucht zum frühstück ist der hat auch keine anstellung gegen den tag ja also wir haben echt gut trainiert muss ich sagen dann kommen sie bevor die leben verbraucht sind ohne die zeit abläuft okay ja da oben da oben guckt euch an leute seht ihr das seht ihr nicht wie wunderschöne grafik herrlich das geht wunderschön aus jedes Detail ich hab kein das 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 die du wirst du eigentlich bin ich will mich hier echt allein 1 da wurde da oben sind auch lauter Gegner. Ich bin aber unten. Alter. Oh mein Gott. So, eins schon mal erledigt. So, hier muss ich klettern. Boah, Hilfe. Alter, das Spiel ist echt schwer. Ja klar, ja klar, die Bohrmaschine kann auch so schießen. Ey, typisch Davidsbohrmaschinen. Ja. Die wollen uns alle ausraten, die Davidsbohrmaschinen. Ja. Ah, jetzt A-Davidsbohr. Ich bin jetzt gleich wieder bei dir da. So, paar mal rollen. Scheiße, kein Sinn mehr. Ich hab aber gut aufgeräumt, gerade hier im Moment. Jetzt bin ich tot. Ich wurde von zwei Seiten beschossen. Hallo. Nein, na. So, wie der jetzt V-Pist ja endlich nicht wieder weitermachen kann. Ich bin mit dem 13. Aber spielst du mindestens großzügig in dem Fall. Oh, ja. Ich bin tot. Ich hab's auch nicht mehr überlegt. Aber ich hab deftig aufgeräumt. Was sind denn hier die Gegner? Muss es hier aufpassen? Ach, da. Ja, von der linken und rechten Seite. Ich weiß nicht, wo es sinnvoller ist. Also, einer schießt rechts oder links. Ich würde gerne ins Endlich gehen. Heißer. Ich hab's nicht mehr aufgeräumt. Ich hab's nicht mehr aufgeräumt. Ich hab's nicht mehr aufgeräumt. Ja, ich stehe. Medipack. Scheiße, mein Weg war ne Sackkasse. Nein, ich hab kein Medipack mehr. Also, die linke Seite war ne Sackkasse. Leider. Ah, da ist ein Medipack. Ich musste's aufheben. Oh, fuck. Geht's ja mit deinem Leben. Ja, perfekt. ja einsatz alter alter ich weiß nicht was hier ab geht freunde leider nicht überlegen auch ausschalten kann nein mit der sniper schätze ich mal ich hätte aber die ergen mit der kanate oh mein gott teilt die volks roboter hallo dann wird auf den medizin einfach ein keine ahnung keine ahnung wie man die besiegen soll also was will man die denn besiegen kollege sind ja richtig heftig ist beide gleichzeitig gestorben also die linke seite wo ich freigeballert habe da kommen wir frei da kommen sie auf die andere seite ich frage mich aber jetzt hatte allerdings wie wie wir die begegnen also sie umbringen sollen es ist auf jeden fall hier oben wo gehst du hin ja ich gehe den anderen weg das einfach war weil sie heute mal rüber dieser mecke ich mich null aus er kommt zu mir mein süß doch momentan so jetzt kommt so ein so ein komischer deutlich besser ich habe 500 oder 6.000 du hast eigentlich alle alleine besiegt ja guck da dieser sniper 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 oder granate perfekt mit dieser sniper 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 oder granate auf den gerät wenn sie dann für die 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 das das die 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 kommt der teilten folgt muss noch umbringen ich bin halt leider schon gesprungen am spiel seit anschluss freundlich gar nicht gedacht ja ist nicht schlecht freunde so was kaufen ja ist echt nicht teuer muss ich sagen also 20 euro macht 60 50 prozent rabatt wenn ihr das spiel jetzt sofort bei lp david der ist nicht von hinten markt aber da geht es auch wiederum wie kann es eigentlich aber dazu wird ihn abonnieren wir schießen da so einfach dumm ich schieße doch der roter schießt einfach irgendwo in nirgend die tür die tür zum tod mission geschafft ja gut die punktzahl ist eindeutig getötet ja gut darf ich sagen das war es in diesem part ich hoffe es hat euch gefahren eine bewertung der super und dann sehen wir uns wieder im nächsten part ist da ohne mich warum weil ich tüchel bin also ja sexy bis dann ciao